Sie haben gesagt, es gibt ein Girls, Sie sehen es auch noch als das Verbindende. Dass die mit ihren Wählern etwas verbindet, davon nehmen wir mal aus, aber was könnten Sie denn für ein Angebot machen, dass auch Leute, die gleichlegen, zum Beispiel Herrn Lippel zu wählen, das Verbindende sehen, und was können Sie das für ein Angebot machen, damit die Verbindung wieder stärker wird? Also ich bin von der Persönlichkeit her jemand, der sehr gerne zuhört, bevor ein Urteil fällt. Das heißt, ich bin jemand, der auch mit verschiedenen Meinungen umgehen kann, die sich anhört und abwägt, was ist dann tatsächlich das, was man als Puzzleteil sozusagen gewinnt, als Ergebnis. Und das Gespräch, das biete ich immer an. Und das Gespräch wird auch besucht und ich habe bisher gute Erfahrungen damit gemacht. Ich komme aus einer Engagementkultur, wo das Thema Beteiligung ganz wesentlich ist. Also es reicht nicht nur, dass man zusammen ist, Herr Lippel sagt, dann ist man zusammen, dann ist das schon, so ist es nicht, da braucht man schon auch konkrete Formate und Ideen, man muss das organisieren. Also da gibt es eigentlich Aufgaben, die man zu tun hat, damit eben dieses Zusammensein auch was bringt. Das heißt, das kann ich auf jeden Fall anbieten, da habe ich sehr viel Erfahrung auch im Bereich, was wir im Übersukunft Oberlausitz gemacht haben, schon seit vielen Jahren. Das kann ich in die Waagschale geben, das mache ich auch sehr gerne. Und was die Menschen bei mir immer erwarten würden, ist, dass ich ein echtes Interesse habe an dem, was sie erzählen. Und das nehme ich mit und dann sage ich, okay, das kann ich auch als Lösung anbieten oder wir müssen mal gemeinsam gucken, das geht nicht so einfach. Also eine Ernsthaftigkeit und Klarheit und auch eine Wahrhaftigkeit in der Sprache und im Umgang miteinander ist, glaube ich, etwas, was hilft, auch Vertrauen aufzubauen. Es geht ja nicht nur um die Politik, es geht ja nicht nur um die Politik, sondern es geht um Menschen. Und bei der Wahl, die wir im Mai haben, geht es darum, wem schenken Menschen ihr Vertrauen Vertrauen und wem gelingt es, Vertrauen zu gewinnen und dafür muss ich arbeiten, das kriegt man nicht geschenkt. Herr Wurzl, ich habe bei jedem, die am Eingang gestoßen haben, viel das Wort Alkoholverbot und Videobewachung, ich habe bei Herrn Wibbel auch gelesen, weil sich Vandalismus und Hundekoll, ich hatte kurz den Eindruck, wir sind nicht in Hölle, wir sind in zwei Hölle. Es ist so schlimm, also es ist so wichtig, dass man hier die herzliche Hand wieder öffentliche Ordnung durchsetzt. Das ist ein Wunsch auch aus der Bevölkerung herzend. Ich bin seit zehn Jahren im Stadtrat und wir haben das Thema Wohlverbund versucht durchzusetzen. Wir haben das auch durchgesetzt und dann hat jemand dagegen geklagt, weil aus von den Gründen anscheinend dieser Beschluss nicht richtig war. Jetzt bekommen wir das neue Polizeigesetz im März hoffentlich und dann werden wir das nochmal machen, wenn wir den Antrag stellen. Es ist notwendig und es gibt ganz saften Gründen, warum das so ist. Es geht auch um Prävention und es geht um die Plätze, die in der Nähe vom Schulhof sind. Ganz pronente Beispiel ist unser Barrierenplatz, wo die Gymnasien da sind und dort wollen wir das aussprechen. Es gibt auch einen Grund zusätzlich, auf der polnischen Seite besteht kein Alkoholverbot und es ist klar, dass sie auch dann zu uns kommen, diejenigen, die sowas konsumieren, die Öffentlichkeit und das wollen wir unterlegen. Das ist auch für Touristen nicht besonders schön zu sehen und das wollen wir diesbezüglich Ordnung machen, wenn ich so sagen darf. Und das Thema Videoüberwachung, das ist eine sehr harte Geschichte. Das ist kein Geheimnis, dass die Zahl der Heimbrüche zu hoch ist, einfach in Gürtelz, hat bestimmte Gründe und genau aus diesen Gründen, aus Präventionsgründen und Aufklärungsgründen, das wissen wir auch von der Polizei, das gewünscht wird. Und dafür sind sie nicht eigen, das möchte ich gerne durchsetzen. Wir hängen immer Prävention, das habe ich auch genossen sehr viel. Frau Lübeck, bevor wir mit allen Kandidaten noch in eine Art schnell rarte Runde gehen, das ist die für die letzten, der jüngsten Teil der Runde. Ein letzter Rund, der wir bei einer kleinen Umfrage vorher auch geteilt haben, ist, Frau Gürtelz, muss noch Familienfreund wieder werden. Wie geht das? Das geht, indem man mit einer Menschen zuhören, die in Familien leben. Und ich denke, das betrifft uns ja dann alle. Und dass wir die auch an den Prozessen beteiligen, die wir haben. Da gab es das verrautete Familienfreundliche Kommune. Da gibt es sozusagen auch ein Konzept, wie wir Familienfreundlicher werden wollen in Gürtelz. Und das befindet sich schon in der Umsetzung, aber das ist viel auch das Stichwort, wenn wir überreden, auch da können wir viele Impulse aufnehmen, dass wir hinkommen zu einer echten Beteiligung, also dass die Impulse, die kommen, die Ideen, die Vorschläge, dass die auch wirklich umgesetzt werden. Also dass man merkt, wenn ich mich einbringe in den Prozess, dann trägt das auch Früchte, dann wird das angehört. Das ist, denke ich, der richtige Weg, um familienfreundlicher zu werden. Und wir haben uns auch überlegt, was wir tun können, um Barrierefreiheit zu schaffen. Ich denke, das ist auch ein wichtiger Punkt zum Thema Familienfreundlichkeit, weil am Ende kommt es allen zugute. Also sei es jetzt Barrierefreiheit, dass es darum geht, sich in der Stadt zu bewegen, aber auch wenn es darum geht, den Ämtern sich ein Formular durchzulesen, dass es vielleicht eine einfache Sprache ist oder dass wir das auch in polnischer Sprache vorhalten, damit man eben hier sich als Familie wohlfühlt, sei es jetzt aus Gürtelz, aus Köln, aus Gürtelz und überall. Dann danke ich auch Ihnen. Und bevor wir gleich viele Fragen aufmachen, gehen wir jetzt noch ein paar Punkte möglichst zügig durch, die aber auch, das ist meine Hoffnung, relativ zügig zu beantworten sind. Ganz einfach ist es beim ersten Thema und auch bei dem wir die Frage jetzt erstens beantworten sollen, der Bergstorfer See, Herr Nippel, sollte, wenn es nach Wien ginge, Wien im Westen heißen. Ja, das war mehr. Ich habe nur zwei Worte zu machen. Also wenn es drei oder vier sind, okay, Frau Lübeck, soll er so heißen bleiben, wie er jetzt heißt, oder soll er anders heißen, wenn ja wie? Ja, hat ja einen Namen, also ich finde, den sollte er aber halten, auch als Referenz an den Ort, den es dort mal gab. Und ich denke, das ist vielleicht jetzt ein Thema, mit dem wir uns befassen können, wenn wir an alle Themen aufpassen. Das ist hier das ähnlich, was nutzt der Name, weil es kein Gesamtentwicklungskonzept gibt für den gesamten See und das heißt, hier brauchen wir eine Bürgerbeteiligung in diesem Thema, was wollen wir mit dem See überhaupt machen, wer in die Richtung soll er sich entwickeln und dann können wir die Bürgerinnen und Bürger auch fragen, wie er heißen soll er sich. Das Thema haben wir durchgeteilt, im Stadtrat und auch in dem Einwohner von Halm und Werder und dort gibt es große Bedenkungen über Widerstand und das muss man ernst nehmen für die Bürger und dann muss man schauen, ob wir einen Kompromiss finden, was der Name betrifft. Aber im Moment ist das nicht durchsetzbar, ist nicht mehrheitsfähig und deswegen sollen wir uns die Zeit lassen und überlegen, welche Schritte, die an die Sache ran gehen, die gesamte Entwicklung ist natürlich wichtig. Zweite, schnelle Frage ist, wahrscheinlich brauchen Sie da auch mehr als zwei Worte für die Antwort, aber ich bitte Sie trotzdem, sich kurz zu fassen. Polnische Mitbürger in Görlitz, ist alles politisch super gesteuert oder gibt es Bedarf der Nachsteuerung? Ja, wie Sie das sind? Herr Rosso, bitte. Die polnischen Bürger in Görlitz sind ein Beispiel für Integration. Man spricht auch über Integration heutzutage. Wir haben über 3000 Bürger in Görlitz wohnen. Wir haben die gemischten Klassen in dem Gymnasium mit deutscher Abitur, mit deutsch-polnischen Klassen und das ist ein ganz großer Erfolg. Es ist nicht so bekannt bundesweit. Wir sind sehr gut unterwegs, wir haben deutsch-polnische Kindergärten auf deutscher und polnischer Seite. Klar kann man noch mehr dafür tun, aber wir sind auf einem guten Weg und man kann sich auch Görlitz alle, die polnische Bevölkerung gar nicht mehr so richtig vorstellen. Wir sind wichtig für Handel, auch für Entwicklung. Und manche Baumärkte würden da nicht mehr überleben können, sondern die polnische Bevölkerung. Vielen Dank. Also es gibt einiges zu tun, was wir machen müssen und machen sollten. Es ist zwar richtig, dass wir eine große polnische Gemeinschaft haben, die auf deutscher Seite lebt, aber man sieht es nicht im Straßenbild. Also die Beschilderung ist nicht zweisprachig zum Beispiel, sie ist einleinsprachig. Das heißt, da können wir auf jeden Fall noch was machen. Also die Sichtbarkeit erhöhen, dass wir hier wirklich eine Europastadt sind, wo man Europa auch lebt. Das ist so der eine Gedanke. Und dann habe ich auch eine schöne Idee, die ich schon im kleinen Kreis besprochen habe. Warum sollte man denn nicht mal drüber nachdenken, ob man da auch bei Nice nicht eine kleine Fähre macht, die sozusagen da auch symbolisch zwischen Polen und Deutschland unterwegs ist, was für die Touristen wichtig ist und was vielleicht auch für die Bürgerinnen und Bürger bei der Zeit wichtig ist. Vielen Dank. Es scheint einigen Gegräsen wieder auszulünscht. Ich möchte Sie bitte nachdenken, Sie werden nachdenken, Frau Lübeck. Aber Sie, ich bitte kurz eine Antwort geben zur selben Frage. Also ich denke auch, wir haben die Europastadt Gölz vor Gölz, aber wir müssen den Begriff halt weiter noch mit Leben füllen. Und das betrifft sozusagen jeden Einzelnen, in dem, was er täglich macht. Und auch das Lebensgefühl hier in der Europastadt. Aber wir merken auch, dass es vorhanden ist, weil wir sonst wahrscheinlich einen Zuzug auch hätten von polnischen Bürgerinnen und Bürgern. Ich denke, eine Idee könnte auch sein, zu sagen, wir finden deutsch-polnische Veranstaltungsformate oder gemeinsame Veranstaltungskalender, wo man sich sozusagen informieren kann, was passiert auf polnischer Seite, was passiert auf der deutschen Seite, dass man einfach den Austausch in den, sag ich mal, niedrigschwellig befördert, um sich besser kennenzulernen als das im gesellschaftlichen Sinne an. Vielen Dank. Kein Glück. Das wäre einfach noch mehr als zwei, was zu wählen. Ja, wie sieht das aus mit der polnischen Bevölkerung? Es hat sich auch sehr viel getan. Also das ist seit 1890, hat er doch eine Weile geleidigt, bis die Menschen zueinander gefunden haben. Und dass die Jungen, die Klänchen zusammen in der Schule sind und so, das hilft schon. Und wir sehen auch gerade bei den Jungen, dass da ja kaum Beförderungsängste sind. Also insofern ist das durchaus eine Erfolgsgeschichte. Trotzdem kann man die alles in rosa-roten Farben malen. Wir haben im Grunde auf der einen Seite die Leute, die hier wirklich arbeiten, die hier ihre Wohnung haben, weil sie in Stragellis vielleicht nicht so teuer sind, also nicht so günstig mieten können, wie sie es bauen können. Das ist total in Ordnung. Das können Sie gerne tun. Wir haben Menschen, die in Westdeutschland gelebt haben und sich hierher bewegen, um hier wieder ein bisschen Arbeit zu verbringen, weil sie dann nahe an Polen sind. Und auch das ist ein Ort, die haben zu Unrecht, frage ich mal, Angst um ihre Rentenansprüche. Auch diejenigen gibt es. Und dann haben wir aber auch noch die andere Seite, was den gutmaßlichen Missbrauch angeht, wenn wir über die sogenannten Briefkassenhäuser sprechen. Und das ist durchaus ein Problem. Und ich glaube auch nicht, dass die Rollen, die hier arbeiten und die sich gut integriert haben, das toll finden. Und das muss man anbieten. Vielen Dank. Und jetzt kommen wir zur... Jetzt eine Frage von der Mutigung, bei der habe ich mir jetzt vielleicht sinnloserweise besonders Mühe gegeben bei der Formulierung. Herr Wippel, Sie beginnen, wenn Sie im ersten Wahlgang im Mai dritter werden sollten, was machen Sie dann? Ich bin aber selblich, wenn ich erster werden sollte, ich werde das mal jetzt. Ja, und danach werde ich Sie weiter mit Arbeit gebracht, so wie ich Sie bisher habe. Dann würden Sie anlegen, dann noch mal den zweiten Wahlgang. Ach so, ja, selbstverständlich. Also, ich weiß nicht, wenn ich dritter bin. Ja, das schauen wir mal, das ist so wichtig. Ich gucke mal, welche Angebote da von den anderen kommen. Wir haben ja noch eine Partei, die auch mal den Stadtrat möchte und sicherlich gute Angebote machen will. Frau Lübing, an Sie dieselbe Frage? Es ist schwierig, weil ich natürlich von einem anderen Ergebnis ausgehen möchte. Aber ich habe ja heute schon mit jemandem gesprochen, der dann auch meinte, ach, Sie kandidieren auch von den Stadtrat. Und dann sagt ich, ja, das Angebot möchte ich sozusagen auch machen. Und deswegen denke ich, der dritte Platz ist jetzt auch nicht das Schlechteste. Wenn ich sehe, dass wir fünf Kandidaten sind, dann wäre das schon ein gutes Ergebnis für mich. Vielen Dank. Frau Schuppert, wir werden Sie dritt im ersten Wahlgang noch mal antreten, im zweiten Wahlgang. Ja. Vielen Dank. Dann sind wir an dieser Stelle fertig. Und jetzt sind Sie an der Reihe. Wir haben sowohl im Paket als auch in den beiden Rängen Seilung zu tun. Wir sehen von hier oben nicht, wenn wir viel zu strahlen bekommen, wie ein Einzelner Schirm. Ich erinnere noch mal ganz kurz an die Gesprächsgrundsätze, die ich eingangs gesagt hatte. Das ist im Interesse aller, die da eingreift werden. Wir bitten nur ein kurzes Handzeichen. Und dann kommt ein Buch kurz für ihn. Dann geht es auch schon los. Wer möchte beginnen? Ich habe eine Frage an alle vier Kandidaten gleichzeitig. Und zwar habe ich gehört, dass es wohl so ist, dass die Bürger, die für sogenannte Flüchtlinge geburten haben, ihrer Bürgschaften nachkommen wollen und jetzt die Kommunen und die Länder sich wohl einigen und die Bürgschaften für diese Leute übernehmen. Was halten Sie von so etwas? Ich möchte jemanden geben oder wollen wir der EIN-A-Prinzip voll bleiben? Dann gerne bitte. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt nicht mitbekommen, dass es in Björn jetzt diesen Fall gibt. Gerne können wir uns angucken, um was es geht, aber es ist mir die Problematik so besand, wie sie jetzt ansprechen. Vielen Dank.